Es geht weiter mit dem Thema Rückmeldung, dem zweiten großen Block im Thema Interaktion. Wir haben uns ja bisher mit den Eingaben beschäftigt und da erst relativ lange mit Eingabeminimalität und dann mit Eigenschaften, die mit der Handhabbarkeit zu tun hatten von den Eingaben, also mit Eingabepräzision, Eingabeschnelligkeit und Eingabesicherheit. Jetzt haben wir nun eine Eingabe gemacht, jetzt muss es ja weitergehen. Und auf die Eingabe muss ja zwangsläufig in einem interaktiven System irgendeine Art von Rückmeldung kommen. Denn sonst wäre ich ja wieder da angelangt, wo ich vorher war, als es noch keine interaktiven Systeme gab, wo man Eingaben gemacht hat sozusagen, also man hat irgendwo einen Lochkartenstapel abgegeben. Naja und eine Rückmeldung, die kam zwar, aber die kam ja erst viel später. Und das ist natürlich nichts, was wir in unseren interaktiven Systemen so haben wollen. Das heißt, wir müssen uns um die Rückmeldung und an die Rückmeldung kümmern und müssen an die Rückmeldung Anforderungen stellen. Forderungen stellen. Und das werden wir tun. Und ihr seht hier, es werden drei solche Forderungen sein. Differenziertheit, Unmittelbarkeit und Lokalität. Die wollen wir uns gleich mal etwas genauer anschauen. Zunächst aber einmal der Rückbezug dieses Themas auf unsere Grundlagen. Man sollte ja immer im Kopf haben, wir haben die Grundlagen, die wir uns ja über drei Wochen erarbeitet haben, ja nicht einfach so erarbeitet, sondern diese Überlegung soll uns natürlich etwas bringen. Und was bringt sie uns hier? Sie bringt uns das Konzept der Differenzerfahrung, beziehungsweise das hat sie uns schon gebracht, mit diesem Spruch, das Denken findet nicht im Kopf, sondern mit dem Kopf statt. Ruft euch das nochmal vielleicht gerade ins Gedächtnis und dann könnt ihr Rückmeldung, also die Eigenart eines Systems, eine Rückmeldung auf bestimmte Art und Weise geben zu müssen, direkt zurückbeziehen auf diese Differenzerfahrung. Denn was hatte das damit auf sich mit der Differenzerfahrung? Naja, wir machen Hypothesen über Gegebenheiten in der Umwelt und da gehört auch der Computer und sein User-Interface dazu. Das ist ja für uns Teil der Umwelt, wenn wir mit dem Computer interagieren. Und naja, diese Hypothesen müssen beantwortet werden können, müssen überprüft werden können. Und um das überprüfen zu können, muss sich die Umwelt auf eine gewisse Art und Weise verhalten. Das heißt, wir müssen über die Umwelt auch etwas herausfinden können. Diese Umwelt ist natürlich eine von uns gestaltete Umwelt. Das heißt, wir als Gestalter von Nutzungsschnittstellen sind diejenigen, die diese Umwelt so gestalten müssen, dass eine Differenzerfahrung mit den Mitteln, die den Menschen normalerweise gegeben sind, auch möglich sind. Und darum soll es gehen. Und daraus leiten sich diese drei Forderungen ab, die ich eben schon kurz genannt habe und die ich einmal hier kurz erläutern möchte. Und dann gehen wir sie der Reihe nach ab und fangen mit der ersten in diesem Video an, die wir dann etwas umfangreicher natürlich behandeln werden. Die erste dieser Forderungen ist die Forderung nach Differenziertheit. Ich lese es mal vor. Differenziertheit der Rückmeldung bedeutet, den aktuellen Systemzustand und die Konsequenzen einer erfolgten oder potenziellen Handlung möglichst situationsspezifisch und aussagekräftig anzuzeigen. Man kann sich mal überlegen, was könnte wohl vielleicht nicht differenziert sein. Wenn ihr mal eine Fehlermeldung hattet und da steht nur, es ist ein Fehler aufgetreten, dann könnt ihr euch schon mal sicher sein, das ist nicht differenziert. Denn ich weiß gar nicht, was ich eigentlich tun sollte. Und ich weiß weder wirklich, was der Systemzustand ist, noch was die Konsequenzen sind, noch was ich machen soll. Aber darauf kommen wir gleich umfangreicher zu sprechen. Unmittelbarkeit, na, das können wir ganz direkt auf die Eigenschaft der Responsivität zurückführen, nämlich Unmittelbarkeit der Rückmeldung bedeutet, zu signalisieren, dass eine Aktion eines Nutzers erkannt wurde, in dem auf jede Aktion eine unmittelbare Reaktion des Systems erfolgt. Deswegen wurden ja überhaupt nur interaktive Computer entwickelt, damit wir eine Unmittelbarkeit kriegen, eine Responsivität, wie wir das in dem Kapitel ja genannt haben. Und dann als letztes Lokalität. Lokalität der Rückmeldung bedeutet, die Wahrnehmbarkeit von Rückmeldungen zu erhöhen und die Ablenkungspotenzial zu verringern, indem sie an dem Ort dargestellt werden, auf den sich die momentane Wahrnehmung richtet. Das hat wiederum viel zu tun mit der Art der Wahrnehmung und der Eingeschränktheit und Selektivität der Wahrnehmung. Diese drei Forderungen werden wir jetzt im Folgenden uns genauer anschauen und fangen an mit eben dieser Differenziertheit. Was hat es mit Differenziertheit auf sich? Was ist differenziert? Was ist nicht differenziert? Wir können uns hier zwei neue Begriffe anschauen und sollten sie uns merken. Das eine ist das Feedback. Den Begriff, den kennt man gut. Feedback geben. Was ist passiert? Und was ist die Differenz zur wahrscheinlichen Erwartung? Das ist jetzt mal wieder auf die Differenzerfahrung zurückbezogen. Nämlich ein Feedback klingt ja jetzt erstmal so, man denkt dann sofort an eine Fehlermeldung. Wenn ich eine Fehlermeldung habe, dann möchte ich Feedback bekommen, was ist eigentlich passiert. Aber Eingaben und Antworten darauf, also Rückmeldungen darauf, gibt es ja nicht nur im Fehlermeldungsfalle, sondern auch, wenn ich einfach etwas eintippe zum Beispiel. Ich habe ein Word geöffnet, da steht ein Cursor und ich tippe ein paar Buchstaben und dann passiert etwas. Und dass da etwas angezeigt wird, das ist auch Rückmeldung und das ist auch Feedback. Und das muss mir wiederum ermöglichen, eine Differenzerfahrung zu machen. Das heißt, ich habe ja eine gewisse Hypothese, wenn ich etwas eintippe. Und diese Hypothese, die muss durch die Rückmeldung am System bestätigt oder verworfen werden können. Und das ist an dieser Stelle besonders wichtig. Das heißt, ich muss eine Differenzerfahrung zu meiner Erwartung machen können. Ganz genau so, wie im Kapitel über Differenzerfahrung besprochen. Das gilt für jede Art von Eingabe. Auf jede Eingabe folgt irgendeine Art von Rückmeldung und die muss Differenziertheit ermöglichen an dieser Stelle. Also ein differenziertes Feedback geben können. Der andere Begriff, der nicht so üblich ist, ist der Begriff des Feedforward. Feedforward ist genau in die andere Richtung gerichtet. Feedback guckt nach hinten, was ist passiert und gibt Rückmeldung dazu. Und Feedforward geht quasi nach vorne, sagt also, was kann ich jetzt machen, was soll ich tun oder was kann ich tun und was bewirkt eine jetzt angebotene Handlung an dieser Stelle. Und Differenziertheit ist beides zusammen. Das heißt, eine differenzierte Rückmeldung sollte immer differenziertes Feedback und differenziertes Feedforward beinhalten. Nehmen wir das Beispiel eben von Word. Ich tippe drei Buchstaben, die erscheinen da. Das ist Feedback. Welches Feedforward habe ich denn? Das Feedforward habe ich zum Beispiel durch den blinkenden Cursor. Denn der blinkende Cursor zeigt mir an, dass ich jetzt weiter tippen kann an dieser Stelle und gibt mir an, wo das, was ich eintippen werde, erscheinen wird. Ich weiß also, dass es dort erscheinen wird, wo der Cursor ist. Das ist ein Feedforward an dieser Stelle. Schaut euch diese Beispiele mal hier an, die wir da zu sehen haben. Das sind jetzt in diesem Fall tatsächlich mal zwei Fehlermeldungen. Und dann gucken wir mal, wie sieht es denn aus mit Feedback und Feedforward. Da steht zum einen, the Application Preview App can't be opened, minus 36. Okay. Ist das ein differenziertes Feedback? Nein, denn es beschreibt mir gar nicht so richtig, was passiert ist. Ich bin eigentlich ziemlich auf mich allein gestellt. Ich sehe das Offensichtliche. Also das Offensichtliche wird mir einmal dargelegt. Aber was der Grund ist, was passiert ist, das finde ich hier nicht heraus. Nur in dieser minus 36. Und das ist auch irgendwie unmöglich, dass man da so eine Nummer hinschreibt. Das kann man nachlesen bei Apple, was das bedeutet, diese 36. Das bedeutet, die Datei konnte nicht geschrieben werden. Aber das hilft mir auch an dieser Stelle nicht. Also selbst wenn es da ausgeschrieben stünde, was natürlich sinnvoll ist. Ich verstehe nicht, warum man Nummern ausgeben sollte an dieser Stelle. Würde es mir aber nicht helfen, denn ich weiß ja überhaupt nicht, welche Datei, wo, wie hätte geschrieben werden sollen. Ist also kein differenziertes Feedback. Und Feedforward haben wir nicht, denn da steht nur okay. Ich habe überhaupt keinen Hinweis darauf, was ich jetzt tun könnte, woran es liegen könnte, was man machen könnte und so weiter. Also kein Feedforward an dieser Stelle. Schauen wir uns das unten an. Der Name, Kuhn bla bla bla. Dieses Beispiel hatten wir schon mit dem Doppelpunkt da drin, den man im Dateinamen nicht haben darf. Er kann nicht verwendet werden. Versuche einen Namen mit weniger Zeichen oder ohne Satzzeichen. Okay, was haben wir jetzt? Haben wir ein differenziertes Feedback? Ja, zumindest differenzierter ist es. Es ist ein bisschen undifferenziert insofern, als das nicht angegeben wird, an welchem Zeichen es liegt. Es kann ja nicht so schwer sein, das herauszufinden und mir anzuzeigen. Es wird nur angezeigt, dass da irgendwas nicht mit richtig ist. Und dann das Feedforward. Was kann ich tun? Versuche einen Namen mit weniger Zeichen oder ohne Satzzeichen. Ja, das ist schon ein Hinweis, der in die Zukunft geht. Er sagt mir zumindest, was ich probieren soll. Auch das könnte differenzierter sein. Er könnte einfach mal sagen, ohne den Doppelpunkt. Aber immerhin, es wird ein Hinweis gegeben, woran sowas liegen könnte. Ja, bei Fehlermeldungen, da kann man sich so Feedback und Feedforward immer angucken und kommt auf teilweise die lustigsten Dinge. Dieses hier ist schon älter, wie ihr seht, von 2014 und ist tatsächlich ein Screenshot im wahrsten Sinne des Wortes, wo ich tatsächlich mit dem Handy den Bildschirm abfotografiert habe, so ganz auf die Schnelle, weil es mir schneller nicht einfiel. Ja, was sehen wir da, außer dass mein Bildschirm irgendwie dreckig war und zermackelt? Und wir sehen eine ganz komische Meldung, da steht nämlich, die Ursache dieses Fehlers wurde behoben. Und dann ja, also erstaunlich. Aber wenn wir das auf Feedback und Feedforward beziehen, können wir auch sagen, es ist undifferenziertes Feedback. Die Ursache dieses Fehlers, ach, welches Fehler denn? Also es ist undifferenziert an dieser Stelle und Feedforward gibt es auch keines, denn eigentlich gibt es ja auch gar nichts mehr zu tun. Da wäre ja unten nur zu sagen, schließe das Fenster. Das wäre dann ein korrektes Feedforward, nämlich alles, was noch geht. Ja, ist natürlich irgendwie an dieser Stelle völlig blödsinnig. Ja, und von sowas kann man richtig viele Beispiele finden. Dieses hier hat mir ein ehemaliger Tutor dieser Veranstaltung mal gezeigt, hat da an seinem Rechner ein Screenshot von gemacht, hat offensichtlich einen Lenovo-Rechner gehabt. Und was steht da im Lenovo Solution Center? Bestätigung. Wenn Sie den Vorgang fortsetzen, werden die Aufgaben im Bildschirm abgebrochen. Sind Sie sicher? Ja? Nein, beenden. Aha, wenn ich fortsetze, werden die Aufgaben abgebrochen. Wenn ich sicher bin, dann drücke ich Ja und wenn ich nicht sicher bin, dann beende ich, aber dann wird es doch auch abgebrochen. Das ist auf jeden Fall schon mal schwer zu verstehen. Und wenn wir uns das auf Feedback und Feedforward angucken, ja, dann schauen wir mal hier den Vorgang. Aha, welcher Vorgang wird denn hier eigentlich fortgesetzt und was wird denn hier eigentlich abgebrochen? Das ist beides unklar. Das heißt, wir haben sowohl in die Vergangenheit geguckt, zu wenig Information, als auch in die Zukunft geguckt. Dann werden die Aufgaben im Bildschirm abgebrochen. Ja, und dann wird diese Frage gestellt, sind Sie sicher? Und sind Sie sicher, ist ja sowieso schon mal kritisch. Das habe ich ja schon mehrfach gesagt, auf vielen verschiedenen Aspekten mit den generischen Knöpfen und mit der Frage und mit der Kompliziertheit dann darüber nachzudenken. Ja, aber vor allen Dingen das Feedforward an dieser Stelle ist ja gar nicht mehr gegeben. Denn ich weiß ja gar nicht mehr, was überhaupt die Handlungsoptionen sind, wenn ich ja habe und Nein beenden habe an dieser Stelle. Also das ist wirklich total missloh. Gucken wir uns ein etwas besseres Beispiel an, ein älteres, besseres Beispiel aus einem Editor offensichtlich in Open Windows von Sun, also ein altes Unix-System der Firma Sun. Da gab es diese Anzeige. Und dann wird da gesagt, cancel, do not quit, discards, edit, then quit. Ja, die kriegen 100 Euro aus der Kasse ausgezahlt, wo die Leute immer einzahlen mussten für die generischen Knöpfe, denn die haben schöne konkrete Knöpfe gemacht. Wie sieht es aus mit Feedback und Feedforward? Ist das beides gut oder ist das beides schlecht oder ist eins gut und eins schlecht? Fangen wir mit dem Feedforward an. Das Feedforward ist gut, denn hier steht genau beschrieben, was man machen kann. You made this cut, the edit now and quit and then cancel und so weiter und so fort. Es wird also jede Operation, jede Option genau beschrieben an dieser Stelle. Wir haben also ein gutes Feedforward. Das Feedback allerdings, da steht, the text has been edited. Ist das gut? Das ist so teilweise gut, aber nicht ganz so gut. Denn hier haben wir das Feedback und das ist das ganze Feedforward. Aber wir haben hier ein ganz typisches Gestaltungsproblem, nämlich das Gestaltungsproblem, dass hier ein Informatiker aus seiner Sicht gedacht hat und das einem Nutzer zur Verfügung stellt. Im Feedback soll ja beschrieben sein, was das Problem ist bei einer Fehlermeldung. Und ist das Problem tatsächlich, the text has been edited? Nein. Das Problem ist, dass der Text noch nicht gespeichert wurde. Nicht, dass er bearbeitet wurde. Dass er bearbeitet wurde, war doch vom Nutzer intendiert. Das ist doch nichts, worauf man den Nutzer jetzt hinweisen müsste und was Grund für eine Fehlermeldung wäre. Sondern der Grund der Fehlermeldung wäre doch hier gewesen, der Text wurde noch nicht gespeichert. Und das ist ein ganz typisches Problem. Ihr könnt jetzt dazu sagen, naja, das ist doch das Gleiche. Ja, klar, das ist das Gleiche. Aber nur dann, wenn ihr euch genau darüber im Klaren seid, dass ein Text immer erst geladen, dann im Arbeitsspeicher bearbeitet wird und dann explizit gespeichert werden muss, wenn man ihn behalten will. Jedem, dem das nicht tausendprozentig klar ist und nicht Informatikern wird das nicht tausendprozentig klar sein, gerade in der heutigen Zeit, wo das an Smartphones und an Tablets nicht so ist, nämlich da speichert man ja immer sofort, dann ist diese Meldung nicht besonders hilfreich. Das ist jetzt auch nicht ganz schlecht, es ist schon ein ganz ordentliches Feedback, aber perfekt ist es nicht, denn es weist nicht genau auf das Problem hin. Das Feedback muss immer auf das Problem hinweisen, wenn wir so eine Fehlermeldung haben und nicht auf irgendeinen anderen Umstand, der irgendwie damit zu tun hätte. Und das ist hier leider passiert an dieser Stelle. Wie gestalten wir überhaupt Meldungsfenster? Die Gestaltung von Meldungsfenstern dieser Art ist ja durchaus offensichtlich wichtig. Und da spielt natürlich die Differenziertheit immer eine große Rolle. Ja, wie mache ich das denn? Wie gestalten wir solche Meldungsfenster? Schauen wir uns mal ein schlechtes Beispiel an, was uns vor Jahren untergekommen ist in einer Software, die offensichtlich etwas hochladen wollte oder sollte. Schauen wir mal hier diese Fehlermeldung uns an, was steht da? Nicht erlaubt, fehlende Eingabe steht oben im Titel und dann die angegebene Homepage existiert nicht, Dokument wird gespeichert und dann kann man auf OK klicken. Das ist aber komisch. Das ist ja völlig unverständlich. Wir haben ein ganz schlechtes Feedback. Die angegebene Homepage existiert nicht, ist nicht wirklich plausibel. Das ist so vergleichbar. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Software irgendwo ein Eingabefeld hatte, wo man eine Adresse einer Website eingeben sollte. Im deutschen Falsch-Homepage genannt. Website ist der richtige Begriff. Egal an dieser Stelle. Dieses Feld sollte man eingeben und dann existierte dieser Pfad, da existiert nichts dahinter oder der Pfad konnte nicht aufgelöst werden oder ist sonst irgendwie falsch. Aber das heißt nicht, dass die Homepage nicht existiert. Das ist auch wieder so eine Eigenart. Das ist wie, als wenn ihr jemanden anrufen wollt und habt eine Telefonnummer irgendwo stehen und tippt die Nummer falsch ein. Und angenommen, ihr wolltet die Uni Paderborn anrufen und tippt die Nummer falsch ein. Und dann würdet ihr eine Ansage kriegen, wo es dann heißt, ihr Gesprächspartner existiert nicht. Ist doch Unsinn. Natürlich existiert derjenige, den ihr anrufen wolltet. Die Nummer ist nicht die richtige. Das heißt, das muss hier an dieser Stelle natürlich auch richtig angegeben werden. Denn die Homepage oder die Website, die existiert ja mit großer Wahrscheinlichkeit. Es geht darum, dass der Pfad nicht stimmte. So, soviel zum Feedback und Feedforward. Ja, gar keins. Okay. Und dann fragt man sich sowieso noch. Irgendwie, es existiert nicht, aber wird dann trotzdem gespeichert. Also irgendwas ist doch hier durcheinander. Und ich habe jetzt eine Alternative mal gestaltet. Die sieht so aus. Da steht oben, die Änderungen konnten nicht hochgeladen werden oder können nicht hochgeladen werden. Ihre Änderungen können nicht hochgeladen werden, da der Pfad unter Homepage ungültig ist. Das ist jetzt schon mal eine Angabe, woran es tatsächlich liegt. Ein gutes Feedback. Und dann haben wir lauter Feedforward. Klicken Sie auf Lokal speichern, um Ihr Dokument auf dem lokalen Datenträger zu speichern. Das nehmen wir mal an, das ist eine Alternative. Hochladen ging nicht. Verwerfen will man es aber auch nicht. Also Lokal speichern. Klicken Sie korrigieren, um zur Bearbeitung zurückzukehren. Und klicken Sie verwerfen, um die Änderungen zu verwerfen. Wir haben jetzt erstmal alle drei Optionen. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, wenn wir auch an die Eingabeminimalität zurückdenken vom letzten Mal. Dass wir die Optionen, die sich ergeben, auch anbieten hier. Ja, aber vor allen Dingen haben wir ein Feedback und ein Feedforward, was auch etwas aussagt. Diese Meldung ist das typische, klassische Design einer Meldungsbox. Wir haben also oben einen Titel. Den müssen wir nicht unbedingt immer haben. Kommt auf System an. Darunter haben wir aber auf jeden Fall einen Bereich, der das Problem beschreibt. Und dann geht es in Richtung Feedforward. Das entspricht diesem Schema hier. Und wenn wir das uns mal angucken, dann finden wir alle Teile wieder, die wir üblicherweise von solchen Meldungen kennen. Einmal haben wir hier ein klassifizierendes Icon. Also ob es ein Fehler ist, Warnung oder ein Hinweis, das gehört zum Feedback. Frage gibt es manchmal, aber Fragen wollen wir ja nicht stellen. Deswegen haben wir Fragen hier auch nicht mit aufgeführt. Dann haben wir einen Meldungstitel oben. Und der Meldungstitel ist vor allen Dingen für die Leute interessant, die mit dem System sich gut auskennen und diese Meldung schon kennen. Die brauchen dann im Prinzip nur noch diesen Meldungstitel zu lesen. Das heißt, wenn ihr ein System habt, was das nicht anbietet direkt, dann schreibt oben in den normalen Meldungstext einen solchen Meldungstitel rein. Also immer eine Kurzfassung der Fehlermeldung angeben. Darunter kann man das Feedback nochmal geben, in ausführlicher, wenn es nötig ist. Manchmal ist es ja komplexer, worum es geht. Und dann kommen die angebotenen Handlungsoptionen als Feedforward. Und die Knöpfe unten, wenn die konkret beschriftet sind, und das ist natürlich die Voraussetzung, dass sie konkret beschriftet sind, dann sind die Knöpfe unten immer Feedforward. Das heißt, dass unten draufsteht, welche Optionen ich alle habe und auf den Knöpfen steht es konkret drauf. Das ist die klassische Art und Weise, wie so eine Meldung üblicherweise gestaltet ist, auch heute noch. Das hat sich über viele Jahre nicht geändert, eigentlich über Jahrzehnte nicht geändert. Aber es ist nicht unbedingt ideal, aus einer ganzen Reihe von Gründen nicht. Wir haben nämlich mal ein paar Untersuchungen gemacht dazu. Das haben wir im Rahmen von einer Masterarbeit gemacht, von dem Michael Schlichtig. Und der hat sich das angeguckt und hat geguckt, welche Designunterschiede eigentlich wirklich wichtig sind. Und da sind ein paar interessante Sachen rausgekommen. Zum Beispiel haben wir früher erzählt, dass es wichtig ist, dass die Reihenfolge der Button-Beschreibungen im Text auch der Reihenfolge der Buttons unten entspricht. Konnten wir allerdings nicht nachvollziehen. Es ist offensichtlich nicht relevant, ob das so ist. Dann ist die Sache mit der Frage. Wir haben immer gesagt, keine Fragen stellen. Also sollte in dem Meldungstitel oben keine Frage stehen. Und da haben wir festgestellt, ja, wenn eine Frage da ist, dann dauert es tatsächlich ein kleines bisschen länger. Aber signifikant war das nicht. Also wir können das eigentlich nicht wirklich behaupten. Und es ist relativ egal. Die Sache mit den generischen und konkreten Buttons jedoch, die ist wichtig. Das heißt, es gehören unten auf jeden Fall konkrete Beschriftungen in die Buttons. Und das auch, wenn oben eine Frage gestellt werden sollte. Wenn ihr meint, es geht euch irgendwie besser mit einer Frage, dann könnt ihr da ruhig eine Frage stellen. Ja, und dann haben wir jetzt als nächstes hier dieses Stopp-Zeichen, also dieses klassifizierende Icon. Das wurde in den Tests von allen Leuten einfach übergangen. Da hat überhaupt keiner hingeguckt. Das heißt, dieses Icon ist eigentlich ziemlich irrelevant. Man könnte es genauso gut auch weglassen. Und es gibt ja auch tatsächlich heute häufig Meldungen, die sowas nicht haben. Hier dieses Stopp wird wahrscheinlich angeguckt werden, weil es wirklich so, naja, aufdringlich gestaltet ist. Aber wenn ihr da zum Beispiel nur das Icon der Anwendung habt, so wie es bei Apple üblich ist, dann ist es so, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht betrachtet werden wird. Bei bekannten Meldungen werden nur Meldungstitel und Buttons gelesen. Das ist also wichtig. Das heißt, der Meldungstitel muss auch schon differenziert genug sein, dass man die Leute nicht nötigt, dann auch noch den ganzen Text zu lesen. Und in einfachen Fällen kann man dann vielleicht sogar auf einen langen Meldungstext gänzlich verzichten. Man muss ja nicht draufschreiben, dass der Speichern-Knopf zum Speichern da ist und der Verwerfen-Knopf zum Verwerfen. Das ist dann auch wiederum nicht mehr notwendig und zu viel der Information. Interessant ist jetzt noch, dass diese Art der Meldungsbox einige der Kriterien missachtet, die wir schon definiert haben. Nämlich die der Strukturiertheit und Übersichtlichkeit. Vor allen Dingen der Strukturiertheit. Und was haben wir bei der Strukturiertheit gesagt zur Zuordnung? Wie ordnen wir dem Knopf zu, was er tut? Also wo steht die Beschreibung zu einem der Knöpfe? Hier in dieser Variante steht das relativ weit auseinander. Zwar steht auf den Knöpfen eine konkrete Beschriftung und das steht natürlich lokal, so lokal wie es gerade geht. Aber nehmen wir mal an, es ist etwas komplizierter und ihr müsst eine längere Beschreibung auch noch vorsehen. Dann ist es eigentlich sehr ärgerlich, dass die oben in dem Text steht und man die sich in dem Text immer erst suchen muss. Man muss immer hin und her gucken zwischen den Knöpfen und dem Text. Das müsste ja nicht so sein. Und ich habe hier mal eine Variante gestaltet, bei der das anders ist. Also ihr seht hier so eine Situation. Ich speichere ab mit einem Namen, den es schon gibt. Das Beispiel hatten wir ja auch schon mal beim Tempus Editor in einem der letzten Videos. Und ja, der gewählte Dateiname Ergonomie ist toll, ist im Ordner Unigramm schon vorhanden. Und jetzt werden mir einige Optionen angeboten. Originaldatei erhalten, anderer Name Ort, Datei überschreiben, zurück zum Dokument. Vier Optionen habe ich da. Und was das genau bedeutet, das ist ja nicht immer ganz einfach, zum Beispiel bei Originaldatei erhalten. Was passiert dann eigentlich? Das steht jetzt nicht irgendwo in einem zusätzlichen Text weiter oben, sondern es steht direkt neben dem Knopf. Ich habe immer Knopf, Text, Knopf, Text, Knopf, Text. Diese Variante ist die, die unseren Forderungen nach Strukturiertheit, nämlich dem, was wir bei Zuordnung besprochen haben, viel besser entspricht als die klassische Meldung. Und solche Meldungen, solche Fenster und solche Fehlermeldungsfenster, wobei Fehlermeldungsfenster schon gar nicht mehr so richtig ist, weil es eigentlich Handlungsoptionsangebote sind, die gibt es ja auch tatsächlich. Also bei Windows gibt es die. Zum Beispiel, wenn man tatsächlich genau diesen Fall hat, man möchte Dateien irgendwo hin kopieren und es gibt sie da schon, dann wird einem bei Windows 7, ab Windows 7, genau so das angezeigt. Ein Knopf und daneben der Text. Beziehungsweise man hat es da so gemacht, dass man einfach einen ganz großen Button genommen hat und der Text steht auch mit da drauf. Das ist sogar noch besser, nämlich weil es einfach einen riesigen Knopf ergibt und damit natürlich für Eingabeschnelligkeit sorgt. Denkt da mal an die letzten Videos zurück. Aber so eine Gestaltung ist auf jeden Fall vorzuziehen, wenn man denn das hinbekommt, dass man so gestalten kann. Eine wichtige Option bei Feedback ist noch, dass Feedback natürlich auch dann gegeben werden muss, wenn Eingaben gar nicht möglich sind. Ich habe ja gesagt, wir haben immer die Eingabe und dann die Rückmeldung. Das ist ja logisch. Eine Rückmeldung aus sich heraus passiert ja nicht, denn die Rückmeldung meldet ja auf etwas zurück. Also es ist immer erst eine Eingabe da, dann eine Rückmeldung. Wenn ich Text eingebe, erscheint er am Bildschirm. Ich habe erst die Eingabe und dann die Rückmeldung. Soweit, so gut. Aber jetzt kann es ja passieren, dass das System sich in einem Zustand befindet, in dem Eingaben gar nicht möglich sind. Auch das verdient eine Rückmeldung. Das heißt, wir müssen auch diesen Fall rückmelden. Und hier wurde das gemacht in einem älteren Mailprogramm auf dem Mac mit dieser Meldung, die dann erschien. Unfortunately, no one is listening to keystrokes at the moment. You might as well stop typing. Die kam, wenn man irgendwo in einem Bereich war, wo man nichts Sinnvolles eingeben konnte. Ist das gut? Ja, teilweise. Es ist deswegen schon mal ganz gut, weil einem überhaupt dargestellt wird, dass man ins Leere tippt. Das ist natürlich ärgerlich, weil manche Leute gucken ja nicht auf den Bildschirm beim Tippen. Gerade Anfänger machen das oft nicht. Sondern gucken auf die Tastatur und da tippen sie und tippen sie und tippen sie. Und irgendwann gucken sie auf den Bildschirm und stellen fest, es ist gar nichts passiert. Da hilft natürlich die Meldung jetzt auch nicht so richtig, wenn sie gar nicht auf den Bildschirm gucken. Aber naja, immerhin vielleicht werden sie durch das Erscheinen dieser Meldung irgendwie aufmerksam. Aber trotz alledem ist das von Nachteil, diese Meldung. Nämlich, da unten steht okay, und ich will jetzt nicht auf den generischen Button hinaus, sondern darauf, dass man diese Meldung erst wegklicken muss. Und diese Situation, diese Art der Rückmeldung, dass man eintippt, wo man nicht eintippen muss oder nicht eintippen kann, wie besser gesagt, die rechtfertigt es nicht, dass man so eine Art von Meldung hat, die man dann erst wieder wegklicken muss. Denn zu dem Zeitpunkt, wo man die dann wegklickt, ist der komplette Grund für die Meldung ja schon wieder vorbei. Das heißt, man könnte hier andere, weniger invasive Arten der Rückmeldung machen. Man könnte zum Beispiel mit Einblendungen arbeiten, so wie es sie heute gibt. Man könnte das Fenster blinken lassen, das wäre vielleicht sogar dann auffällig, wenn man hier unten tippt und oben blinkt dann das Fenster und man merkt dann, oh, da stimmt was nicht. Oder, und das ist natürlich eine häufig genutzte Variante heute, man spielt einen Klang ab, so ein Brr, Brr, Brr oder irgendwie sowas. Oder klassischerweise war es früher beim PC, wirklich in den 80er und 90ern, dieser interne Speaker, der den Biep, Biep, Biep machte, wenn man irgendwo tippte und man konnte da an der Stelle gar nicht tippen. Ja, das ist dann eine vernünftige Antwort. Wichtig ist aber in jedem Falle, dass man eine Rückmeldung gibt. Also man sollte auch eine Rückmeldung auf eine Eingabe geben, die man gar nicht bearbeiten kann zu einem bestimmten Zeitpunkt. Denn in heutigen modernen interaktiven Systemen ist das ja nicht unbedingt immer klar, wann eine Eingabe verarbeitet wird und wann eine Eingabe nicht verarbeitet wird. Also muss man dem Nutzer die Möglichkeit geben, das zu erfahren. Ein letzter Punkt noch an dieser Stelle zur Differenziertheit. Und wir machen dann in den nächsten Videos weiter mit den anderen beiden Anforderungen. Differenziertheit gilt natürlich nicht nur für Text. Ich habe jetzt viel euch über Text erzählt. Und natürlich ist auch Text, da Rückmeldungen im Sinne von Fehlermeldungen und so häufig gedacht werden oder überhaupt über Meldungen am Bildschirm, da denkt man natürlich an Text. Aber Text ist nicht die einzige Möglichkeit für eine differenzierte Rückmeldung. Schaut euch das Beispiel auf der rechten Seite an, das kennen wir auch schon. Die Fehlermeldung, auch eine Fehlermeldung, die gegeben wurde, weil hier eine E-Mail-Adresse nicht in Ordnung ist. Und jetzt geht es mir nicht um den Text, der da steht in der Mitte, sondern es geht mir wieder mal um diese Art der Zuordnung. Wir haben ja hier eine Kopplung, nämlich durch diesen Pfeileffekt, den es da gibt. Und die Meldung zeigt ja genau auf die Stelle des Fehlers an dieser Stelle, nämlich da in dieses To-Feld. Und da genau liegt ja der Fehler. Das ist natürlich auch eine Differenziertheit der Rückmeldung. Denn an diesen Ort zu verweisen, gibt ja eine zusätzliche Information. Das heißt, die Fehlermeldung erscheint nicht nur einfach so, nach dem Motto, irgendwo auf dem Bildschirm ist etwas falsch oder Ihre Adresse ist falsch und dann weiß ich nicht, wo das ist, sondern ich habe eine differenzierte Rückmeldung, die genau auf den Ort verweist. Eine moderne Variante von so einer ortsbezogenen Differenziertheit sehen wir auf der linken Seite. Da handelt es sich hier wieder mal um Keynote, also die Software, die ich hier gerade nutze. Das hat aber mit Keynote gar nichts zu tun, sondern es ist eine Eigenschaft, die in dem macOS eingebaut ist, nämlich dass man in der Hilfe nach Optionen suchen kann, die im Menü stehen, also Menüeinträge suchen kann. Und wenn man sie gefunden hat, wenn man dann da drauf zeigt, dann wird das Menü geöffnet und es wird an die entsprechende Stelle gezeigt. Schaut mal hier, ich mache hier Hilfe und gebe jetzt hier was ein, Stern, ich möchte also einen Stern hinzufügen und jetzt guckt mal, was passiert. Es öffnet sich das Menü und es öffnet sich dann auch das Untermenü und dann gibt es, jetzt bin ich woanders hingegangen, dann gibt es diesen Pfeil, der da so leicht hin und her gegangen ist, damit er auch etwas Aufmerksamkeit erzeugt und er zeigt auf die Stelle, wo ich das im Menü finde. Das heißt, ich habe auch hier eine Rückmeldung und die Rückmeldung bezieht sich ja darauf, dass ich eigentlich etwas finden möchte. Ich möchte ja diesen Menüeintrag finden und ihn dann einfach nur anzuzeigen, wäre natürlich in Ordnung, aber es ist natürlich eine differenziertere Rückmeldung für das Finden von diesem Menüeintrag, wenn ich den Menüeintrag dann auch anzeige und genau das wurde an dieser Stelle gemacht. Also hier auch wieder eine nicht-textuelle Differenziertheit der Rückmeldung. Soviel zur Differenziertheit der Rückmeldung und im nächsten Video machen wir weiter mit der Unmittelbarkeit der Rückmeldung.